Untertitelung im Auftrag des ZDF Meine Damen und Herren, Sie sind heute dazu aufgerufen, Schöffen bei einem deutschen Gericht zu sein. Als Schöffen sind Sie Laienrichter und das Gesetz stattet Sie mit der Macht aus, über das Schicksal eines Menschen zu entscheiden. Bitte nehmen Sie diese Verantwortung ernst. Lars Koch wird zur Last gelegt, am 26. Mai 2016 mit Hilfe eines Luft-Lenkkörpergeschosses ein Passagierflugzeug abgeschossen und damit 164 Menschen getötet zu haben. Er hat sich gegen seine Befehle gestellt und gegen unsere Gerichte. Ein Terrorist entführte eine Passagiermaschine. Er wollte sie mitten in ein Fußballstadion stürzen lassen. Er hat abgewogen. Das Leben von 164 unschuldigen Menschen gegen das Leben von 70.000. Der Staat kann niemals ein Leben gegen ein anderes Leben aufwägen. Gott sei Dank hat sich Lars Koch nicht nach Prinzipien gerichtet, sondern nur nach dem, was richtig war. Jeder von Ihnen glaubt, dass er sich auf sein Gewissen verlassen kann. Aber das ist ein Irrtum. Urteilen Sie ausschließlich nach dem, was Sie selbst für richtig halten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017